Wir haben den Vortrag genannt, radikal rechte Esoterik, wie weit das dann sozusagen sich noch radikalisiert, das wird hoffentlich im Lauf des Vortrags auch noch deutlich werden, gut vernetzt im Kampf gegen die neue Weltordnung. Herr Kalbach hat es ja gesagt, wichtige Erkenntnisse habe ich in meinem Buch Rechte Esoterik zusammengetragen. Ich hatte in den letzten Monaten eben auch verschiedene Demonstrationen, anfangs hießen sie ja Hygienedemos, dann die Querdenker-Demos oder auch die sogenannten Corona-Spaziergänge auch Besuch, darauf werde ich auch eingehen. Und es wird deutlich werden, dass vor allem auch Verschwörungstheorien in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle spielen und inwieweit dann Verbindungslinien und Vernetzungen erfolgen, das soll hoffentlich deutlich werden. Ich möchte beginnen mit einigen Wahrnehmungen, mit Aufnahmen, die ich gemacht habe bei solchen Hygienedemos, etwa die erste im April 2020. Sie sehen hier in der Mitte ein Bild, ein Transparent mit der Aufschrift, ich bin kein Verschwörer, ich bin Truther. Das heißt, diese Truther-Bewegung, diese Wahrheitsbewegung, wie sie sich auch nennt, begann, man kann sagen, im Nachgang zu den Ereignissen des 11. September, die Terroranschläge in New York, wo dann eben Einzelne begannen, die offizielle Version zu hinterfragen. Und das als Aufklärung, als Wahrheitssuche interpretiert werden, interpretiert haben wollten. Einer, der hier sehr stark auch bekannt wurde, ist der Schweizer Daniel Ganser. Wir werden ihn dann später auch noch sehen. Und wenn man sich dieses Plakat ansieht, wie gesagt, April, Mai 2020 auf dem Marienplatz, die Menschen stehen dicht gedrängt, kein Mund-Nasen-Schutz. Und oben drüber Deep State Mapping Project. Also das heißt, eine Übersicht, eine Art Landkarte von all den Organisationen und Triebkräften eines tiefen Staates, eines angeblichen tiefen Staates, die hier im Hintergrund wirken und ihre eigene Agenda verfolgen würden. So der Eindruck. Auf dieser Internetseite kann man sich also diese Deep State Map auch herunterladen. Und natürlich, ich bin kein Verschwörer oder Verschwörungstheoretiker. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Es ist natürlich keine Selbstbezeichnung von Menschen, die diesen Theorien anhängen, sondern es ist eine Außenbezeichnung. Dazu später mehr. Links sehen wir eine Aufnahme, die ich dann auch im Mai auf dem Marienplatz gemacht habe. Und mir fiel dann eben auf, dass hier besonders viele Symbole und Logos der QAnon-Bewegung sichtbar waren. Anfangs ist mir diese Bewegung gar nicht hierzulande aufgefallen. Ich musste dann auch erst mal recherchieren, was ist das eigentlich? Und Sie sehen hier dieses große Q. Das ist das Symbol für die höchste Sicherheitsstufe im US-amerikanischen Sicherheitsapparat. Und im Herbst 2017 wurde über ein Messenger-Board letztendlich immer wieder gepostet. Es wurden Nachrichten abgesetzt von einem gewissen Q. Also man meinte dann, es handelt sich wirklich Insider-Informationen aus dem innersten Sicherheitsapparat der Amerikaner. Und hier das Kürzel darunter, where we go one, we go all. Also eine für alle, alle für einen. Und rechts auch eine Aufnahme von der Theresienwiese im September 2020. Sie sehen hier typische reichsbürgerideologische Vorstellungen, wonach Deutschland kein souveränes Land sei. Es sei besetzt. In Wirklichkeit würde es sich um eine BRD-GmbH handeln. Es kam dann sehr schnell das Narrativ von einer angeblichen Plandemie auf. Das heißt, das alles ist nur sozusagen nach außen hin so sichtbar. Aber dahinter gäbe es eine Geheimagenda. Und diese Geheimagenda meinen nun nur, die Erwachten zu durchschauen und zu kennen. Und Sie sehen hier Aufnahmen vom Stachus in München. Covid-19 ist ein Plan. Dann natürlich Elemente auch von QAnon, die dann auch auftauchten. Das heißt, diese Vorstellung, dass Kinder entführt, geraubt würden, dass sie gequält werden, dass ihnen ein Stoff, das sogenannte Adrenochrom, entnommen wird. Es gäbe einen tiefen Staat. Und QAnon hat Donald Trump zum Erlöser dann auserkoren, der eben gegen diesen tiefen Staat kämpft. Und es ist interessant zu beobachten oder vielleicht auch erschreckend, wie solche Einzelelemente sich dann auch so verbreitet haben. Unten sehen Sie auch noch ein selbstgestaltetes Transparent von QAnon. Dass natürlich auch sehr schnell rechtsextremistische Kreise versucht haben, sich auch an diese Demos mit dran zu hängen, zeigt dieses Bild links. Das ist ein Plakat vom sogenannten Kompaktmagazin Jürgen Elsässers. Inzwischen sind die Verfassungsschutzbehörden der Auffassung, dass es sich um Rechtsextremismus handelt, zuvor nur in Anführungszeichen als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Und hier wurde dann eben bewusst versucht, auch dieses Q im Blick auf die Querdenker auch zu vereinnahmen, dass eben hier die Freiheitsbewegung der Querdenker die angebliche Corona-Diktatur stürzen soll. Also diese Umsturzfantasien gab es von Anfang an. Und Sie sehen rechts hier auch nochmal auf einem T-Shirt auf dem Rücken natürlich dieses Kürzel von QAnon und obendrüber Liebe und Freiheit. Das Widerstandsnarrativ ist bei den Demos auch immer wieder aufgefallen. Sie sehen hier rechts eine Aufnahme von der großen Demo vom 29. August 2020 in Berlin. Christian Trosten, Michael Müller, der damalige regierende Bürgermeister und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sträflingskleidung. Es gab ja dann immer auch sozusagen weitere Eskalationsstufen, dass dann behauptet würde, es gebe dann bald Nürnberg 2.0, so ein Tribunal, wo eben dann die Schuldigen verurteilt werden sollen. Sie wissen, es gab dann auch Demonstrantinnen und Demonstranten, die zu Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gezogen sind. Und es gab auch eine Telegram-Gruppe, in der offen eben der Plan gefasst wurde, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer zu ermorden. Also Sie sehen auch, welche Eskalationsstufen es da auch gibt im Blick auf solche Narrative und auch im Blick auf solche ideologischen Momente. Links sehen wir eine Aufnahme, die ich vor wenigen Wochen hier in München auch wieder auf der Theresienwiese gemacht habe. Eine Frau, die bei der Aktion Kinder stehen auf mitdemonstriert und mitgesprochen hat. Sie sehen, sie trägt ein rotes Herz hier und in der Mitte auch die weiße Rose. Also ich habe die Dame angesprochen, was denn diese weiße Rose bedeutet. Und sie hat mir gesagt, na das ist doch ganz klar, wir sind im Widerstand, die weiße Rose, Geschwister Scholl, die damals eben erschossen wurden. Ich habe sie dann korrigiert und habe gesagt, sie wurden enthauptet durch das Fallbeil, weil sie Flugblätter verteilt haben. Sie war da anderer Auffassung. Ich habe ihr geraten, doch mal eine Biografie der Geschwister Scholl zu lesen und sie suchte dann immer wieder das Gespräch mit mir und fragte mich, ja meinen Sie nicht, dass wir in einer Diktatur leben? Ich habe gesagt, wie kommen Sie denn auf zu dieser Idee und wie kommen Sie überhaupt auf diese Vorstellung? Nein, sie war also felsenfest davon überzeugt. Die Sprecherin vor ihr ließ sich sogar zu der Bemerkung hinreißen, Bill Gates hätte jetzt eine Hotelkette sich unter den Nagel gerissen und sei womöglich dabei Konzentrationslager einzurichten. Also man ist wirklich fassungslos oft, was man dort zu hören bekommt und es ist wirklich da oft sehr schwer, auch ins Gespräch zu kommen. Dazu vielleicht auch später mehr. Ich will noch mal erinnern an die deskriptive statistische Auswertung der Universität Basel vom 17. Dezember 2020. Man hat also Nutzerinnen und Nutzer in Telegram-Kanälen der Querdenker befragt. Es ist also keine repräsentative Umfrage und man hat Anhaltspunkte gefunden. Es handelt sich also vom Altersdurchschnitt um eine relativ alte und relativ akademische Bewegung. Auffällig hier die Nähe zur Anthroposophie und zur Esoterik. Das Durchschnittsalter, Sie sehen es hier, 47 Jahre, Bildungsgrad, 31 Prozent Abitur, 34 Prozent sogar mit Studienabschluss. Überdurchschnittlich viele Selbstständige, also ein Personenkreis, der durch diese Hygienemaßnahmen offensichtlich ganz stark betroffen war und auch noch ist. Das Wahlverhalten, die Befragten gaben zur Antwort bei der letzten Bundestagswahl 21 Prozent Grüne, 17 Prozent die Linke und AfD 14 Prozent gewählt zu haben. Und sie gaben an, bei der kommenden Bundestagswahl 30 Prozent die AfD zu wählen. So kommen dann die Forscherinnen und Forscher der Uni Basel zu der Auffassung, es ist letztendlich auch eine neue soziale Bewegung, die von links nach rechts abdriftet. Sie ist geprägt von einer Entfremdung von den Institutionen des politischen Systems, den etablierten Medien und den alten Volksparteien und man hat gleichzeitig auch antisemitische Vorurteile bei den Befragten beobachtet. Kurze Anmerkung zu dieser statistischen Auswertung der Universität Basel. Die Schwierigkeit bei solchen Umfragen ist natürlich, dass etliche derer, die vielleicht für diese Befragung interessant wären, sich daran erst gar nicht beteiligen wollen, weil eben die Vorbehalte gegenüber Wissenschaft und natürlich auch gegenüber Medien sehr stark ausgeprägt sind. Also das heißt, man hat doch, denke ich, auch etwas im Dunkeln, aber zumindest hat man ein paar Anhaltspunkte, die meines Erachtens doch sehr interessant sind. Gehen wir einen Schritt weiter. Die offizielle Initiative Querdenken von Michael Ballweg, dem IT-Unternehmer aus Stuttgart gegründet, ist ja in die Krise geraten. Nicht zuletzt deshalb, weil Michael Ballweg Kontakte zu dem Reichsbürger Peter Fitzek, der ausgerechnet in der Lutherstadt Wittenberg, sage ich mal als Lutheraner, das Königreich Neudeutschland ausgerufen hat. Und das hat dann intern natürlich zu großen Spannungen geführt. Der damalige Pressesprecher legte sein Amt nieder und viele waren also entsetzt über dieses Geheimtreffen, an dem 80 Querdenkerinnen und Querdenker teilnahmen. Hinzu kamen dann auch noch Vorwürfe wegen finanzieller Intransparenz von der Initiative Querdenken. Nach meinem Eindruck gibt es jetzt noch vereinzelt Querdenken-Initiativen wie Nürnberg, die noch relativ stark sind, die über Telegram-Kanäle auch mobilisieren. Aber wir haben eben jetzt ein, man kann sagen, neues Phänomen, die sogenannten Corona-Spaziergänge. Das Besondere auch schon bei den Querdenkern war, dass der Begriff des Querdenkens einfach usurpiert wurde. Es ist eigentlich eine philosophische Richtung gewesen und das scheint so ein bisschen typisch zu sein. Und jetzt plötzlich die Initiative Deutschland geht spazieren, vor allem am Montag. Und damit stellt man sich in gewisser Weise in eine Tradition oder versucht zumindest den Eindruck zu erwecken. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Montagsdemonstrationen, die kirchliche Friedensgebete kurz vor dem Untergang der DDR 1989. Also auch hier wieder eine Usurpation von Begriffen, eine Instrumentalisierung und letztendlich auch Perversion. Zum anderen die sogenannten Montagsmahnwachen, die ab, ja Sie sehen es hier, März 2014 angesichts der damaligen Ukraine-Krise begannen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Anfang waren diese Montagsmahnwachen offen, man konnte die also nicht jetzt so rechts oder links irgendwie einordnen. Aber zunehmend nahmen das, nahmen rechtsextremer Antisemiten und Verschwörungsideologen das Heft in die Hand. Bei diesen Montagsmahnwachen traten damals auch schon auf in verschiedenen Orten Deutschlands, etwa Ken Jebsen. Oder hier auch der erwähnte Heiko Schrang, eigentlich auch ein Esoteriker, der im Zusammenhang von Querdenker-Demos immer wieder auch auftrat und beteiligt war. Er hat ja diese entsprechenden T-Shirts mit diesem runden Kreis, mit dem Punkt in der Mitte auch kreiert, die man dann bei Querdenker-Demos immer wieder auch beobachten konnte. Sie sehen mal hier so Einschätzungen von sozialwissenschaftlichen Forschern, die einsprechen von einem Jahrmarkt des Bizarren, eine postdemokratische Empörungsbewegung, sowie Sammelsurium von oft unvermittelten und nicht zusammenhängenden, sowie auch völlig widersprüchlichen Positionen. Und bei diesen Montagsmahnwachen konnte man eben auch schon eine große Offenheit für Verschwörungstheorien beobachten und auch eben ein entsprechendes Unterstützerumfeld. Hier wieder Jürgen Elsässers, Kompaktmagazin, dann der Kopfverlag und natürlich auch rechtsesoterische Akteure. Das heißt, bei diesen Corona-Spaziergängen, man muss hier natürlich auch differenzieren, unter den Teilnehmenden sind ja jetzt nicht nur Rechtsextreme, es sind auch impfmüde, verunsicherte, vielleicht auch frustrierte, aber es gibt eben auch, ich sage mal Kräfte, die versuchen auch solche Corona-Spaziergänge für ihren eigenen ideologischen Weg auch stark zu vereinnahmen. Interessant ist durch diese Bezeichnung Corona-Spaziergänge, die ja eher verharmlosend klingt, diese Spaziergänge seien eine Freizeitaktivität. Das Besondere ist ja, dass damit letztendlich auch das Versammlungsrecht umgangen wird. Es gibt keinen Versammlungsleiter oder keine Versammlungsleiterin, sondern man trifft sich, verabredet sich über Telegram-Gruppen und marschiert dann eben los. Sie sehen es hier in Bayern an 329 verschiedenen Orten, solche Montagsspaziergänge. Ich konnte zunächst mal die Strategie beobachten, dass man gesagt hat, naja, vielleicht können wir damit ja auch die Polizei lahmlegen, dass die irgendwann müde werden und sich auf unsere Seite schlagen. Zum anderen auch die Demonstration direkt sozusagen zu den Menschen zu bringen, vor die Haustür. Niedrigschwelliges Angebot, dass man sozusagen nur kurz aus dem Haus geht und eben sich dann beteiligt. Sie sehen hier diese Vereinnahmung, teilweise Vereinnahmung durch populistische und rechtsextremistische Kräfte, der sogenannte Dritte Weg. Das konnte man etwa im oberfränkischen Bamberg beobachten oder auch in Nürnberg, das eben auch mobilisiert wurde über einen Schweizer Rechtsextremen, wie das Recherchen des Bayerischen Rundfunks, meine Sachen sehr überzeugend, nachweisen konnten. Besonders auffällig ist bei den Befragten, dass man sich nicht nach rechts abgrenzt, sondern man sagt, ja, solange das friedlich verläuft, ist es doch gut und irgendwie, wenn man damit etwas bewegt, ist es doch gar nicht schlecht. Die Frage, die sich stellt, wird mit einer möglicherweise eingeführten Impfpflicht dieses Potenzial auch noch weiter radikalisiert. Also da ist die Diskussion auch im Gange. Wir sehen hier mal diesen Kopfverlag, wie er auch publizistisch das sehr stark auch mit befeuert und auch Emotionen schürt. Schauen wir uns nochmal weltanschauliche und ideologische Schnittmengen von verschwörungsgläubigen Impfgegnern, Esoterikern und Rechtsextremen an. Grob muss man sagen, es handelt sich ja ähnlich schon wie bei den Querdenker-Demos um eine bunte Misstrauensgemeinschaft. Also das heißt, das Misstrauen ist offensichtlich irgendwie das einigende Band der Protest. Es ist eine Mischszene. Wir können dort auch beobachten, einen Verschwörungsglauben und eine oft damit verbundene Weltsicht, The Great Reset, Der große Umbruch. Darauf, da wird angespielt auf das Buch von Klaus Schwab, Der große Umbruch vom Weltwirtschaftsforum. Er hat dieses Buch geschrieben und da eine Kernthese vertreten, in der eben nochmal deutlich werden soll, die Corona-Pandemie kann jetzt der Anlass sein, auch über nachhaltiges, verantwortliches Wirtschaften nachzudenken und Konzepte zu entwickeln. Verschwörungsideologen und insbesondere auch rechte Esoteriker stricken daraus ein ganz anderes Narrativ. Sie sagen nämlich, die ganzen Maßnahmen dienen dazu, das System runterzufahren, ähnlich wie einem Computer, dann einen Neustart zu vollziehen, um dann eben die neue Weltordnung zu errichten. Teilweise sehen wir auch Elemente der QAnon-Ideologie, Feindbilder und ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt unter dem Demonstrierenden, das hat etwa auch der Verfassungsschutz in Niedersachsen gezeigt, um eben ein bisschen auch den Kreis über Bayern hinaus zu weiten. Auch Menschen mit einem Bezug zur Esoterik, zur rechten Esoterik, insbesondere im Blick auf eine Art Überwissen. Ein Wissen, das sich gegen die Wissenschaft, gegen die evidenzbasierte Medizin richtet und natürlich immer wieder gegen die Medien. Dann gibt es so diejenigen, die, ich möchte mal sagen, so Naturheilkunde-Fans und Homöopathie-Fans sind, die oft dann auch die Ansicht vertreten, naja, also man müsse ja das Immunsystem stärken, dann könne man auch das Virus besiegen. Auch da eher medizinkritische Töne. Zum anderen das Widerstandsnarrativ gegenüber dem Staat. Und ich habe das ja vorhin bereits angedeutet, auf der einen Seite die Instrumentalisierung des Widerstands gegen das NS-Regime und auch die Instrumentalisierung von Symbolen oder Stichworten der friedlichen Revolution in der DDR. All das soll dazu dienen, um eben dieses Narrativ einer angeblichen Corona-Diktatur auch nochmal zu verstärken. Ich denke, die Risiken und Nebenwirkungen liegen auf der Hand. Das heißt also, die Personen, die im Widerstand gegen das NS-Regime waren, wurden mehr oder weniger auch bagatellisiert, deren Tod oder auch der Einsatz eben von denen, die ihr Engagement mit dem Leben bezahlt haben. Zum anderen können wir auch rechtsextremistische und reichsbürgerideologische Positionen beobachten. Ich habe diese mir am Anfang gezeigt. Und es wird eben sehr stark mobilisiert und vernetzt in alternativen Kanälen wie etwa Telegram. Wenn wir uns mit dem Thema der radikal-rechten Esoterik beschäftigen, müssen wir unbedingt auch über das Thema Verschwörungstheorien und Verschwörungsglaube sprechen. Ich zeige Ihnen mal hier das Titelblatt eines Buches aus einem rechtsesoterischen Verlag. Er heißt ausgerechnet noch Amadeus Verlag. Er hat seinen Sitz im baden-württembergischen Fichtenau. Das ist so an der Grenze zu Bayern. Kreilsheim, diese Ecke. Und dieses Titelblatt aus dem Amadeus Verlag, der geführt wird von, ich möchte wirklich sagen, dem antisemitischen Bestsellerautor Jan Udo Hohley, der sich das Pseudonym Jan van Helsing zugelegt hat. Er hat Mitte der 1990er Jahre einen, man kann wirklich sagen, antisemitischen Bestseller veröffentlicht. Geheimgesellschaften Band 1, Band 2. Das führte dann auch zu juristischen Folgen. Es kam zum Prozess, der Vorwurf der Volksverhetzung. Und Jan Udo Hohley macht aber natürlich jetzt im Blick auf rechtsesoterische und verschwörungsideologische Aspekte weiter. Mein Eindruck ist, mit der Corona-Pandemie hat sich doch abgezeichnet, dass er in gewisser Weise auch ein verlegerischer Profiteur der Corona-Krise ist. Einige seiner Bücher haben dann sehr schnell eine dritte oder vierte Auflage zum Thema erziehen können. Man sieht hier die Kapuzenmänner, die dunklen Gestalten, die heimlichen, bösen Drahtzieher des Hintergrundgeschehens. Wer sind die wahren Herrscher der Welt? Sie sehen hier auch noch die Pyramide und das eigentlich angedeutet, das allsehende Auge. Ein Symbol, das ja nicht nur in der christlichen Kunst, auch in der Freimaurerei eine Rolle spielt. Es wird dann auch gespielt, ja sind es vielleicht doch Illuminaten und so weiter. Also das ist ein entsprechendes Motiv. Verschwörungstheorien, das sind letztendlich Auffassungen, die gegenwärtiges Geschehen als Ergebnis einer heimlichen Manipulation der Wirklichkeit deuten. Also es gibt so eine Alternativwirklichkeit. Und verbunden ist das Ganze mit einer Sündenbock-Theorie. Das heißt, es muss mächtige, böswillige Drahtzieher im Hintergrund geben, die aus dem Verborgenen heraus ihren Plan verfolgen und dazu die Öffentlichkeit massiv täuschen. Also es sind die Bösen, die Bösewichte im Hintergrund. Der US-amerikanische Forscher Michael Barcun hat drei wesentliche Elemente benannt, die auch der Verschwörungstheorieforscher Michael Butter nennt. Und diese drei Aspekte, nichts ist, wie es scheint. Also das, was man nur wahrnimmt, ist nicht der tiefere Sinn, es gibt noch einen Sinn dahinter. Es gibt keinen Zufall, alles ist erklärbar und die Wissenden, die das durchschauen, sind diejenigen, die meinen, alles genau zu kennen und alles hängt mit allem zusammen. Diese drei Aspekte bilden meines Erachtens den deutlichen Brückenkopf zu esoterischen Weltdeutungen. Denn auch dort gibt es das Postulat einer Alternativwirklichkeit. Es gibt einen Totalitätsanspruch der Esoterik auf alle Lebensbereiche, nicht nur das individuelle, auch das gesamtgesellschaftliche Leben. Und alles hängt mit allem zusammen. Alles ist erklärbar oder auf Fehlverhalten, auf Karma und Reinkarnation westlicher Prägung zurückzuführen. Dazu später noch mehr. Worin besteht denn die Attraktivität des Verschwörungsglaubens? Die Sozialpsychologin Pia Lamberti nennt hier einerseits existenzielle Bedürfnisse, also das heißt, der Verschwörungsglaube wird gedacht als Strategie, um mit Ohnmacht und Kontrollverlust umzugehen. Es sind ja fast schon religionsartige Motive, die dann eine Rolle spielen, Sinnstiftung und Ordnung der Welt. Zum anderen auch soziale Bedürfnisse, Streben nach positiver Selbstwahrnehmung und epistemische Bedürfnisse, das Streben nach Verstehen, Erhöhung des eigenen Selbstwertgefühls. Wir haben es ja selbst gemerkt, diese Pandemie, die wir nun schon seit vielen Monaten erleben müssen, hat zu einem Kontrollverlust bei vielen Menschen geführt. Zu Ohnmachtserfahrungen, die Kontaktbeschränkungen. Also das gesamte Leben ist ja irgendwie auf den Kopf gestellt und man sehnt sich natürlich nach dem Leben vor der Pandemie zurück. Und das bedeutet für eine Gesellschaft, für Menschen eine große Zäsur. Die Aussage hier gegen den Mainstream, das ist letztendlich auch eine Anspielung auf diesen Slogan, den der Querdenker Bodo Schiffmann, der HNO-Arzt aus Zinsheim, jetzt mittlerweile in Afrika residierend, geprägt hat. Alles außer Mainstream. Das heißt, man möchte sich eben gegen den Mainstream bewusst abgrenzen und so werden letztendlich Verschwörungserzählungen zu einer Art von Gegenwissen oder auch Besserwissen. Der Begriff des Verschwörungsglaubens. Man könnte natürlich lange auch über die verschiedenen Begriffsdefinitionen diskutieren. Was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll? Es wird gesprochen von Verschwörungstheorien, Michael Butter von Verschwörungsmythen, Pia Lamberti. Ich versuche jetzt als evangelischer Theologe nochmal eins draufzusetzen und sage, wir haben es hier mit auch Formen eines Verschwörungsglaubens zu tun. Aus meiner langjährigen Erfahrung, auch natürlich in der Sektenberatung, fällt mir eben auf, dass wir es hier durchaus eben mit geschlossenen Systemen zu tun haben. Und das sind so einzelne Elemente, die ich nochmal ins Bewusstsein rufen will. Einerseits dieses elitäre Wissen. Man könnte es auch als Neognosis bezeichnen. Eine Anspielung auf eine nachchristliche religiöse Strömung im zweiten Jahrhundert. Gnosis, Wissen als Weg zur Erlösung und jetzt eben Gnosis unter postmodernen Bedingungen. Der Anspruch auf höhere Erkenntnis in Abgrenzung zu den sogenannten Schlafschafen. Das wird mir auch immer gesagt, Herr Püllmann, Sie haben ja eigentlich zu wenig Wissen. Sie wissen gar nicht, was da abläuft. Sie sind ein Schlafschaf. Und da merke ich, bin ich oft nicht allein, was mich dann auch tröstet. Verknüpft ist das mit einer Sündenbock-Theorie und oft bleibt ja die Identität der Verursacher und Verursacherinnen vage. Es ist oft die Rede von den Juden oder in kodierter Form ist plötzlich von den Rothschilds die Rede, eine jüdische Bankiersfamilie aus Frankfurt. Dann ist die Rede von den Globalisten, dem Großkapital, die Pharmaindustrie oder teilweise eben auch fiktiv Illuminaten, Außerirdische oder Graue. Bei den Grauen habe ich mich zunächst mal erinnert gefühlt an Michael Endes Momo, die Grauen Herren. Ich bin einem Mann begegnet beim Sport, der sagte mir, ja, diese Grauen seien einen Meter hoch, sie lebten mitten unter uns. Ich habe ihn gefragt, ob er die schon mal gesehen hat. Antwort, nein, aber es gibt sie. Ja, das muss man dann so stehen lassen. Schlimmer noch, und da merken wir, welche Folgen auch Verschwörungstheorien haben können, ist die sogenannte Reptiloiden-Verschwörung. Das heißt, prominente Persönlichkeiten, das wurde versucht immer durchzuexerzieren an Barack Obama oder auch an Angela Merkel, sie seien in Wahrheit gar keine Menschen, sondern Außerirdische, Reptiloiden. Und ich finde, man kann natürlich drüber lächeln und sagen, verrückt, aber was damit zur Folge hat, dass man diesen Menschen die Menschenwürde letztendlich raubt oder radikal in Frage stellt. Der dritte Aspekt, der böse Plan, Plan und Handeln geschehen im Verborgenen. Das ist so diese Alternativwirklichkeit. Es ist anders, als du denkst. Und vor allem dieses starke Misstrauen, traue niemandem. Alle widersprechenden Fakten sind Belege für die besondere Geschicklichkeit und Gefährlichkeit der Verschwörer. Im schlimmsten Fall kann es einem ja passieren, wenn man Kritiker von Verschwörungstheorien ist, dass man dann selbst den Verschwörern zugeordnet wird. Das heißt, dass man dann selbst jetzt mit Journalisten und so weiter unter einer Decke stecken soll. Noch ein paar Zahlen zum Verschwörungsglauben in Deutschland. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat im vergangenen Jahr die sogenannte Mitte-Studie veröffentlicht. Und die gute Nachricht zu Beginn, im Vergleich zu früheren Studien ist die Verbreitung von Verschwörungserzählungen zurückgegangen. Das mag jetzt vielleicht zunächst mal verwundern. Sie sind natürlich uns näher gerückt und sie begegnen uns in Form von Demonstrationen auf Straßen im persönlichen Umfeld, weil sie eben eine sehr stark existenzielle Zuspitzung auch erfahren haben. Sie sehen es hier an den Zahlen, diese typischen Bausteine. 22,9 Prozent gehen von großen Organisationen aus, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Politiker und Politikerinnen und andere Verführungspersönlichkeiten seien Marionetten. Dahinterstehen der Mächte, Medien und Politiker und Innenstecken unter einer Decke. Und gerade der letzte Aspekt, der beschäftigt mich besonders. Fast ein Drittel der Befragten vertritt eine wissenschaftsfeindliche Haltung. Das heißt, diese Menschen vertreten die Auffassung, ich vertraue mehr meinen Gefühlen als sogenannten Expertinnen oder Experten. Man hat es ja während der Pandemie gemerkt, ich habe mich manchmal an den Fußball erinnert gefühlt. Sie wissen, dass wenn EM, WM ist, gibt es Millionen von Bundestrainerinnen und Bundestrainer. Und so war es auch bei der Virologie plötzlich, dass wir da Millionen von Virologinnen und Virologen plötzlich hatten. Und man bezog sich dann durchaus eben auch oft auf die eigenen Gefühle. Schauen wir auf die Selbstverortung von Verschwörungserzählungen. Sie sehen, ganz links gibt es natürlich Verschwörungserzählungen. Blau unterlegt die Verschwörungserzählungen insgesamt und grau unterlegt die Corona-Verschwörungserzählungen. Und Sie sehen hier, dass natürlich eher das im rechten oder auch im rechtsextremen Spektrum eine ganz besondere Rolle spielt. Wir haben ja auch im Deutschen Bundestag eine Partei vertreten, deren Abgeordnete zum Teil eben auch Verschwörungstheorien vertreten. Dazu dann auch noch gleich etwas. Diese Studie gibt auch nochmal einen Einblick in die Verbreitung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zu der Deutung, dass eben mehr Frauen, das ist natürlich jetzt nicht ein riesengroßer Unterschied, mehr empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Ich habe so den Eindruck, dass bei etlichen Frauen eben auch so eine Esoterik-Affinität vorhanden ist. Und Esoterik und Verschwörungsglaube sind oftmals ein Zwillingspaar, dazu gleich mehr. Hier sei gesagt, die Konrad-Adenauer-Stiftung kommt genau zu der anderen Auffassung, dass also mehr Männer als Frauen empfänglich seien für Verschwörungstheorien. Naja, aber es bewegt sich im Grunde genommen auf dem gleichen Level. Sie sehen auch nochmal hier die Unterschiede zwischen Ost und West. Dann auch die konfessionelle Verbreitung. Religionslose und Katholikinnen und Katholiken seien besonders eben empfänglich, aber, und das muss ich auch als Protestant sagen, nicht zu früh freuen, denn das sogenannte freikirchliche, evangelikale Spektrum wurde damit nicht erfasst. Und ich denke, wenn man das mit einrechnen würde, würde die Zahl bei den Protestanten, also im Blick auf das konservative, auf den konservativen Protestantismus noch etwas höher ausfallen. Die Alterskohorte, man denkt ja immer so bei Prävention, wir müssen junge Menschen bilden, digital schulen und so weiter. Das ist sicherlich nicht falsch. Aber wenn man sich das anschaut, also besonders anfällig für Verschwörungserzählungen ist meine Altersgruppe zwischen 31 und 60 Jahren oder die über 60-Jährigen. Dann natürlich die Frage nach der Bildung. Sie sehen es hier, die Menschen mit formal niedriger Bildung sind besonders ansprechbar für Verschwörungstheorien. Es gibt natürlich auch Professorinnen und Professoren, die für Verschwörungserzählungen anfällig sind. Also man staunt da ja nicht schlecht. Aber hier bei der Befragung, es sind Menschen, jetzt gerade bei den 35 Prozent, das sind keine dummen Menschen, sondern das sind Menschen, die versuchen, die Verschwörungstheorien als Interpretationsmöglichkeit zu verwenden, weil sie das Gefühl haben, eben gesellschaftlich, wirtschaftlich abgehängt zu sein, um da sozusagen auch ein eigenes Narrativ zu entwickeln. Vor kurzem wurde jetzt eine, wie ich finde, sehr interessante und sehr breit angelegte internationale Studie vorgelegt von den Universitäten Bern und Fribourg. Und zwar, Sie sehen es hier, 100.000 Teilnehmende aus 26 Ländern wurden befragt. Und man hat hier also mal die Korrelation von Verschwörungstheorien und der politischen Verortung versucht nachzuweisen. Und Sie sehen hier länderspezifische Unterschiede, politische Rechte, vor allem in Mittel- und Westeuropa, die sich eben mit Verschwörungstheorien ganz stark sozusagen auflädt. Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden und Schweiz. Und in südosteuropäischen Ländern sind Verschwörungstheorien eher bei der politischen Linken verortet. Gehen wir einen Schritt weiter. Das Thema Rechte oder Radikalrechte-Esoterik und der Zusammenhang zu Verschwörungstheorien. Ich denke, das ist wichtig, dass man diesen Kontext erstmal wahrnimmt. Es gibt einen schönen Begriff aus der US-amerikanischen Religionswissenschaft, der lautet Conspirituality. Ich finde ihn also großartig und mir ist noch keine adäquate deutsche Übersetzung so eingefallen. In diesem Begriff kommt beides zusammen. Conspiracy, also Verschwörung und Spiritualität. Also man könnte es übersetzen Verschwörungsspiritualität oder Verschwörungssesoterik. Und deutlich ist, Esoterik und Verschwörungstheorien bilden ein Zwillingspaar. Ich will Ihnen das so ein bisschen auch aufzeigen. Über Esoterik könnte man natürlich sehr, sehr lange reden. Nur ein paar holzschnittartige Aspekte. Von der reinen Wortbedeutung merkt man, es gibt Einzelaspekte, die dann eine Rolle spielen. Esoterikos, wörtlich übersetzt nach innen gewandt. Das begegnet uns das erste Mal auch im zweiten nachchristlichen Jahrhundert bei Lukian von Samosata. Er bezieht dieses Wissen auf die Philosophenschulen. Das heißt, es geht um ein Wissen, das nur Insidern zugänglich ist, während es Außenstehenden verschlossen bleibt. Das Substantiv, Esoterik, ist wesentlich jünger. Es begegnet uns erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts als Begriff. Und es haben sich eben gerade im 19. Jahrhundert richtige Weltanschauungssysteme entwickelt, bis hin Anfang des 20. Jahrhunderts die Anthroposophie Rudolf Steiners etwa, 1912, 1913. Und wir haben eben seit den 1980er Jahren einen starken Trend zur Popularisierung von Esoterik. Es sind jetzt weniger die weltanschaulichen Systeme, sondern eine Form der Konsumesoterik. Das heißt, es ist eine fluide Spiritualität mit einer ganz stark marktorientierten Konformität, mit Anbietern, mit Offerten und Nutzerinnen und Nutzern. So spricht man gerne im soziologischen Sinne von einer Szene. Es ist keine geschlossene, einheitliche Bewegung. Es gibt offene Zugangsbedingungen und besonders deutlich, es gibt dort ein Sensorium für individuelle wie für gesamtgesellschaftliche Krisenlagen. Das Besondere der Esoterik ist meines Erachtens der höhere Erkenntnisanspruch. Es geht um ein absolutes Wissen, das sich eben nur sensiblen, erleuchteten, spirituell fortgeschrittenen oder eingeweihten erschließt oder erschlossen hat. Ich möchte da noch mal Rudolf Steiner erwähnen, also den Entdecker in Anführungszeichen der Anthroposophie. Er behauptete ja, dass er Zugang zu einer immateriellen Akasha-Chronik hatte, eine Art Weltgedächtnis und diesem Weltgedächtnis entnimmt er nun seine Erkenntnisse. Dogmatische Anthroposophinnen und Anthroposophen sagen dann meistens, der Doktor hat gesagt und damit ist Doktor Steiner gemeint. Das heißt, er ist die Autorität. Es gibt natürlich auch liberalere Anthroposophinnen und Anthroposophen, aber letztendlich ist das natürlich ein sehr hoher Anspruch, der hier erhoben wird. Das bedeutet, Esoterik wird auch ein Sammelbegriff für weltanschaulich religiöse Bewegungen und Praktiken, die meist auf übersinnlich intuitiven Wege entwickelt werden. Und Sie sehen es hier, da gibt es natürlich auch Einfallstore für Irrationalismus, für Parawissenschaftliches und die Intuition wird verabsolutiert. Also das Innenleben, der Durchbruch zur Innenwelt spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich will Ihnen das mal verdeutlichen, ohne Sie jetzt in die rechtsextreme Ecke zu rücken, anhand der Esoterikerin Christina von Dreien. Sie sehen es, eine junge Frau, Jahrgang 2001. Ich habe mal in einem anderen Vortrag etwas frech formuliert, das ist die Greta Thunberg der Esoterik-Szene, aber das ist, ich gebe es zu, schon ein bisschen frech, provokativ, aber das muss man manchmal auch machen. Sie sieht sich als Teil einer Gruppe von Kindern aus höheren Sphären und da merken Sie auch schon diesen Anspruch, den Erkenntnisanspruch, sie sei mit einer multidimensionalen Wahrnehmung und mit anderen paranormalen Begabungen ausgestattet. Sie sagt klar, die Wahrheit der heutigen Welt finden wir nicht im Außen, sondern in unserem Inneren. Und so formuliert sie im Blick auf die Corona-Pandemie, ich glaube nicht, dass das Coronavirus so gefährlich ist, wie es jetzt dargestellt wird. Dass man das Coronavirus als so gefährlich darstellt, hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass man die Menschen in Panik versetzen möchte. So sinkt die Schwingung überall und Angst macht bekanntlich manipulierbar. Und so stimmen wir dann allen Maßnahmen zu, die unsere Freiheit einschränken, weil wir glauben, sie sei notwendig. Diejenigen Menschen, die auf der Erde das Sagen haben, die Fäden ziehen und die diese Macht nicht abgeben möchten, haben diesen Virus, so schreibt sie es, in die Welt gesetzt, um ihre Pläne weiter zu verwirklichen. Heißt doch Corona nichts anderes als Krone, die Krone auf dem Plan, der Schlussstein. Soweit Christina von Dreien. Sie sehen diese enge Verflechtung sozusagen von höherer Erkenntnis. Dann letztendlich die Mächtigen, die Bösen, Drahtzieher im Hintergrund, die eben ihre eigene Agenda, ihren eigenen Plan verfolgen und dieses Coronavirus böswillig in die Welt gesetzt haben. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem höheren Erkenntnisanspruch, dieses Sensorium für gesamtgesellschaftliche Krisen, die Anti-Institutionellen Affekte gegen Medizin, Religion, Medien, auch Politik sind in dieser Szene sehr ausgeprägt. Eine Offenheit und Akzeptanz von Verschwörungstheorien, der Totalitätsanspruch und dann gibt es eben auch esoterische alternative Fakten und eine zunehmende Politisierung, diese Form der rechten Esoterik, sodass man fragen kann, dient Esoterik nicht auch als trojanisches Pferd für extrem rechtes Denken. Was meine ich mit rechter Esoterik? Ich habe es mal hier so zusammengestellt, Gruppierungen, Bewegungen und Einzelakteure, die Esoterik als Möglichkeit für die Verbreitung von Feindbildern sowie von antidemokratischem und rechtem beziehungsweise geschlossenem Denken nutzen. Das heißt, wir haben in dieser Szene zu tun mit einer Vielzahl rechtsesoterischer alternativen Medien und Verlage, die ich in meinem Buch eben untersucht und vorgestellt habe. Wir haben es zu tun mit esoterischen Überwissern. Sie erinnern sich, bei den Querdenkern habe ich von den Besserwissern gesprochen und jetzt haben wir eine weitere Steigerung, die Überwisserinnen und Überwisser. Das heißt, die Berufung auf höhere Erkenntnis und teilweise auch auf obskure Quellen. Da wird dann meistens argumentiert, die seien unter Verschluss gehalten worden von bösen Drahtziehern und jetzt durch esoterische Forschung seien sie wieder offenbar geworden. Antirationalistisch, gegen den Mainstream, gegen die herkömmliche Geschichtsdeutung, gegen Medien und etablierte politische Parteien. Und dann gibt es natürlich problematische, alternative Heilungsofferten, wie etwa die germanische Neue Medizin. Auch abgekürzt 5BN, die fünf biologischen Naturgesetze, entwickelt von Gerd Rieke Hamer. Er vertritt die Auffassung, dass Krebs monokausal durch ein Schockerlebnis ausgelöst werden würde. Und die germanische Neue Medizin könne sich deshalb nicht hier durchsetzen, weil die evidenzbasierte Medizin in der Hand von Juden sei. Also da kommt ganz stark der antisemitische Impetus hinein. Dann können wir beobachten, eine Delegitimierung demokratischer Institutionen und ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten, auch Umsturz, Fantasien, es ist manchmal die Rede, der Sturm beginnt, die Verschwörungstheorien, die Protokolle der Weißen von Zion, erwiesenermaßen eine historische Fälschung, wird wieder neu aufgegriffen, die Rothschilds. Und wir können eben auch Überlappungen zwischen der Esoterik- und Reichsbürgerszene beobachten. Peter Fitzek, der bereits erwähnte König von Neudeutschland in der Lutherstadt Wittenberg, hat als Esoterikunternehmer in Wittenberg begonnen. Dann der Argon Verlag in Marktoberdorf etwa, wurde auch von einer Reichsbürgerin betrieben, Ingrid Schlotterbeck, die sich als Reichsaußenministerin bezeichnet hat, der sogenannten Kommissarischen Reichsregierung. Und es gibt eben personelle Vernetzungen einzelner Akteure und Kooperationen, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen möchte. Eine Aufnahme von der Querdenken-Demo 12. September 2020 in München. Ein Buch auf diesem Verkaufs- und Infostand, Lockdown. Ein Buch aus dem Verlag von Jan van Helsing, Jan Udo Hulay, Lockdown. Das Virus war nicht die Ursache. Sie sehen hier der Bestseller in vierter Auflage innerhalb kurzer Zeit. Es wird hier das Narrativ entfaltet, natürlich Bill Gates als der eigentliche Drahtzieher. Und dann die Rede vom großen Reset. Und verbunden eben mit Einzelelementen von QAnon. Gerade in der rechten Esoterik wurde dieses Narrativ oder die Narrative von QAnon ab Frühjahr 2018 nach meinen Recherchen sehr stark verbreitet. Ein weiteres Buch aus dem Verlag, aus dem Amadeus Verlag, Wir töten die halbe Menschheit und es wird schnell gehen. Der Plan der Elite, minderwertige Völker über Krankheiten und Seuchen loszuwerden. Der Rest erlebt die grünsozialistische neue Weltordnung, heißt es hier. Und da sollen also auch wieder die Hintergründe und die Drahtzieher benannt werden. Eine Aufnahme und da wird sozusagen die Vernetzung bis hin ins Paul-Löbe-Haus in Berlin deutlich. Sie sehen hier das Roll-up der AfD-Bundestagsfraktion. Im Mai 2019 wurde zur ersten Konferenz der Freien Medien im Deutschen Bundestag eingeladen. Dieses Roll-up zeigt etliche dieser sogenannten alternativen Medien. Ich möchte Sie da besonders darauf hinweisen. Hier nochmal das Kompakt-Magazin, rechtsextremistisch von Jürgen Elsässer. Sie sehen hier Klagemauer TV. Das ist eine Initiative des Schweizer Sektengründers Ivo Sasek. Mit diesem alternativen Medienkanal schürt er eben massiv auch gegen die demokratischen Institutionen. Er verbreitet Verschwörungstheorien und, ich sag mal, vertritt auch das Narrativ vom Umsturz. Organische Christus-Generation, die er gegründet hat und wie gesagt eben durch Initiativen mit Klagemauer TV. Die Antizensur-Koalition, das ist also auch ein jährliches Treffen von Anhängern Saseks in der Schweiz, wo er eben auch die Holocaust-Leugnerin Sylvia Stolz aus München, eine ehemalige Rechtsanwältin, eingeladen hat. Und Sie sehen hier auch das Logo Die Unbestechlichen. Das ist eine Internetplattform von Jan van Helsing, Jan Udo Huley. Also das ist doch einigermaßen beunruhigend, möchte ich sagen, dass eben solche Ideologen Zugang auch haben zum Deutschen Bundestag, zu einer Fraktion und zu einzelnen Abgeordneten. Hier ein paar Beispiele neuerer Videos von Klagemauer TV. Ein unaufhaltsames Erwachen. Völker besinnen sich wieder ihrer Macht. Sie sehen hier die Todesspritze, vor der Sasek warnen möchte. Der Todes-Countdown läuft. Und es sind ja doch enorme Klickzahlen. Sie sehen hier unten über eine Million, also 1,1 Millionen Ansichten. Stand 30. Dezember 2020. Da wurde das produziert, aber das habe ich jetzt vor wenigen Tagen hier nochmal aufgerufen. Und wie das im Einzelnen funktioniert, dazu ein Filmausschnitt. Währenddessen fluten andere das Netz weiter mit Lügen und Verschwörungsmythen. Besonders aktiv der Internetsender Klagemauer TV, auch Kla.TV genannt. Manche der Videos dort kommen auf mehrere Millionen Abrufe. Die Rotschildkontrolle. Wer kontrolliert diese Ein-Prozent-Elite? Ist das eine bloße Verschwörungstheorie? Wurde die Zerstörung des World Trade Center nicht durch den Einschlag von zwei Flugzeugen verursacht, sondern durch nukleare Sprengsätze? Kann es sein, dass hinter der Klimabewegung nach wie vor der perfide Plan von Eugenikern steckt? Das Ziel, die Menschheit zu reduzieren? Corona-Kinderimpfung. Es ist Mord. Kla.TV spielt natürlich auch eine Rolle in der verschwörungsideologischen Szene in Deutschland, weil sie natürlich auch am laufenden Band neue Videos produzieren. Hinzu kommt, dass dort dann eben auch Inhalte verfügbar sind auf der Plattform, die beispielsweise bei YouTube gesperrt werden würden. Mastermind hinter Klagemauer TV ist dieser Mann. Ivo Sasek, Gründer und Führer der OCG. OCG, das ist die organische Christusgeneration, eine fundamentalistische Sekte aus der Schweiz. Sie lehrt zum Beispiel, Kinder zu schlagen, um deren Willen zu brechen. Die OCG lehnt die Demokratie ab und verbreitet systematisch Desinformationen und Verschwörungsmythen. Damit versucht Sektenchef Sasek seine Gefolgschaft um sich zu sammeln. Per Kla.TV ruft er sie immer wieder dazu auf, bis zum Äußersten gegen die angebliche Weltverschwörung anzugehen. Eine Unterwerfung unter diese faschistischen Diktatoren und dergleichen wäre weit schlimmer als jede andere Form des Martyriums. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Versteht ihr? Unsere Interviewanfrage lehnt Sasek ab. Stattdessen droht er uns, wir sollten umkehren und unsere Köpfe noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen, um sich vor einer mit Sicherheit kommenden Abrechnung durch einen bereinigten Weltgerichtshof zu schützen. Ich sage dies aber nicht aus Hass, sondern in Liebe. Nicht nur im Netz, auch auf der Straße bei Corona-Protesten mischt die OCG mit. Sie ist mit Propaganda präsent. Musiker der Sekte nutzen Querdenken-Demonstrationen als Bühne für ihre Videos. Auch er ist mittendrin. Matthäus Westphal. Als Aktivist-Mann streamt er regelmäßig von den Protesten. Er gibt sich als Journalist aus. Seine Videos zeigen, in Wahrheit ist er ein lautstarker Einheizer. Die Menschen marschieren jetzt durch die Stadt. Das Volk geht weiter. Das Volk geht weiter. Du musst an die Front, Mann. Du musst an die Front. Geh weiter. Hör auf zu filmen und geh nach vorne, Mann. Auch den Sturm auf die Reichstagstreppen streamt Westphal live ins Netz. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und für die ganze Welt zu sehen, die freundschaftliche Begrüßung mit dem bekannten Rechtsextremisten Nikolai Nährling. Nikolai, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ja, Mann. Westphal ist kein einsamer Streamer, sondern kommt aus der OCG. Das legen interne Datensätze der Sekte nahe, die uns vom Hacker-Kollektiv Anonymous zugespielt wurden. Wir entdecken ein internes Video mit dem Titel Medienschlacht aus dem Jahr 2020. Darin Westphal, zu sehen am Hauptsitz der Sekte in der Schweiz. Hinzu kommt ein Organigramm des OCG-Medienteams. Im Bereich IT ist ein Matthäus eingetragen, Westphals Vorname. Ist er im Auftrag der Sekte aktiv? Im Interview mit uns sagt Westphal, er Handler aus eigenem Antrieb. Gibt aber keine eindeutige Antwort. Ich kann nur sagen, ich bin nach wie vor ein Fan von Klagebauer TV und die Leute sollten mal gucken, was alles zu finden ist. Wunderbare Information. Nebenbei wärmt er einen hundertfach als Fälschung enttarnten Klassiker antisemitischer Verschwörungsmythen auf. Diese Protokolle der Weisung von Zion erfüllen sich genauso. Man kann die einfach nehmen, lesen und dann wundert man sich, was, das ist 150 Jahre alt circa. Das erfüllt sich ja genauso. Also gibt es irgendwelche Machthaber auf der Welt, die sich als Juden oder Zionisten tarnen und in Wirklichkeit sehr, sehr böse Sachen tun. Mit dem Sänger und Verschwörungsideologen Xavier Naidoo hat Westphal einen prominenten Verbündeten gefunden. Gemeinsam nehmen sie ein millionenfach geklicktes Musikvideo auf, in dem zahlreiche bekannte Rechtsradikale und Querdenker auftreten. Ein bemerkenswerter Brückenschlag. Der Kitt, der Esoterik, Rechtsextremismus und Verschwörungsideologisches Milieu zusammenhält, sind ganz klar die Feindbilder. Die Feindbilder. Weitere Akteure, etwa Erich Hambach, das führt uns jetzt hier nach Bayern. Einer, der schon seit 2017 aktiv mit Vernetzungsarbeit beschäftigt ist. Wir sehen ihn hier auf einer Querdenkerbühne am 1. November 2020 hier in München. Und auch da wieder Anknüpfung an die Weiße Rose. Erich Hambach ist auch mehrfach aufgetreten bei der Antizensurkoalition von Ivo Sassek. Er hat ein Buch geschrieben, Bargeld ade Scheiden tut weh, wo er seitenweise Jan van Helsing zitiert. Er ist in Nürnberg aufgetreten, dort als Erich Hambacher genannt. Dann auch in München auf der Theresienwiese mit dem T-Shirt und dem Logo von dem sogenannten Friedensweg. In seiner Friedensweg-Community findet sich auch der ehemalige Pressesprecher von Querdenken 711, Stefan Bergmann, ein Anhänger der germanischen Neuen Medizin. Darauf muss ich nicht mehr eingehen. Und Erich Hambach hat mit Peter Herrmann im April 2020 die Initiative gestartet, Nikolai-Kirche ist überall, öffnet die Gotteshäuser jetzt. Ziel sollte es sein, Gotteshäuser aufzusuchen, um dort, um Asyl nachzusuchen, weil draußen die Diktatur errichtet wird. Man solle meditieren, um ein Bewusstseinsfeld zu schaffen. Und interessant ist, wer diese Initiative unterstützt hat. Wir sehen hier Sucharit Bhakti, der die Corona-Bibel der Querdenker geschrieben hat. Bodo Schiffmann, der bereits erwähnt wurde. Ken Jebsen, Daniel Ganser, Dieter Bröhrs, dann auch Joe Conrad, das ist auch ein rechtsesoterisches Urgestein. Und Dr. Rüdiger Dahlke, den man ja vielleicht auch aus dem Esoterik-Kontext kennt. Peter Herrmann ist also ein Mitinitiator dieser Initiative. Und wir sehen ihn dann als spontanen Übersetzer in Berlin bei der großen Demo für den Impfgegner Kennedy. Diese Akteure finden dann auch immer wieder zusammen. Hier sehen wir Erich Hambach mit Michael Ballweg. Und das führt dann sozusagen zu einem, zu einer engeren Kooperation. Im vergangenen Sommer in München fand die sogenannte Frieden, zweite Friedenkonferenz statt. Thema Mut. Und hier sehen Sie auch wieder Friedensweg-Ticket. Interessant ist, wer hier auch zugeschaltet war. Das waren überwiegend Bundestagskandidaten der Partei Die Basis. Dr. Wolfgang Wodarg. Sie sehen dann Sucharit Bhakti. Sie sehen dann auch Dr. Rainer Füllmich vom Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Sie sehen Dr. Gerald Hüther, der immer wieder auch in rechtsesoterischen Videokanälen interviewt wurde. Und er hat jetzt vor kurzem auch ein Video mit aufgenommen, mit einem der Widerstandslieder aufgenommen hat. Sie sehen auch Daniel Ganser. Und ganz unten rechts Prof. Dr. Franz Ruppert von der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. Er selbst ist auch Parteimitglied der Basis. Und vertritt auch Corona-Verschwörungsmythen. Zum Glück hat sich die Katholische Stiftungsfachhochschule von ihm auch distanziert. Also Sie sehen, was hier plötzlich für Vernetzungen möglich sind. Und Überraschungsgast begrüßt mit frenetischem Applaus Michael Ballweg, den Gründer von Querdenken. Inwieweit diese Einzelakteure auch Zugang zu alternativen Kanälen haben, sehen Sie hier ein paar Zahlen. Natürlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Deutschlands ist das gering. Aber nichtsdestotrotz, Sie sind letztendlich auch die Superspreader von Verschwörungstheorien und von rechter Esoterik. Sie sehen Robert Stein mit 96.000 Abonnenten. Heiko Schrang, 171.000 Abonnenten. Unten sehen Sie Jan van Helsing, Jan Udo Hulay und Jo Conrad. Besuche der letzten 365 Tage, dreieinhalb Millionen Klicks. Inwieweit das funktioniert, sozusagen rechtsextremes Gedankengut esoterisch zu verpacken, möchte ich Ihnen anhand dieser Aufnahme einmal zeigen. Ich habe sie gemacht bei einer Undercover-Recherche im Jahr 2017 in Kiesleck im Allgäu bei einem Kongress, dem ersten planetarischen Bewusstseinskongress. Der Sprecher Traugott Ickeroth, der aufruft zum Abschied vom Schuldkult. Er spricht über Länderpotenziale. Wie Menschen einen Lebensplan, eine Lebensaufgabe oder Berufung haben, so haben auch Länder oder Seelengemeinschaften bestimmte Aufgaben. Durch energetische Arbeit wurde bestätigt, dass es die Aufgabe Deutschlands ist, sich aus der Umklammerung der Illuminati zu befreien. Darauf warten alle anderen Länder. Deutschland muss den Domino-Effekt einleiten, vorangehen und die Befreiung initialisieren. Dazu müssen alle Schuldgefühle abgelegt und an die Tradition der Dichter und Denker angeknüpft werden. Dies gelingt nur mit Wahrhaftigkeit und Solidarität. Sie sehen hier unten die umgedrehte Deutschlandflagge. Es ist eigentlich typisch Reichsbürgerideologisch, die Deutschlandflagge sozusagen in umgekehrter Form zu zeigen. Letztes Beispiel für die Akteure ist die sogenannte Anastasia-Bewegung, die auch hier in Bayern ja von sich Reden gemacht hat, vor allem im Allgäu. Es ist eine Bewegung, die auf eine russische Buchreihe zurückgeht, von einer sagenhaften Figur Anastasia erzählt, eine Art Fantasy-Produkt. Sie soll in den Wäldern Sibiriens in der Taiga leben, könne mit Tieren kommunizieren, hätte einen Heilstrahl und wird letztendlich auch als Erlöserfigur vorgestellt. Das ist aber noch nicht alles. Sie berichtet von einer ursprünglichen, vorchristlichen, vedrussischen Kultur. Sie berichtet davon, dass die westlichen Demokratien dekadent seien, die Medien sowieso nur Lügen verbreiten würden. Es finden sich auch antisemitische und rassistische Einstellungen und man kann eben auch beobachten, dass es Akteure gibt, diese Anastasia-Bewegung, die sich eben selbstverständlich in der Reichsbürgerszene und in rechtsextremistischen Kreisen bewegen. Also man ist doch verwundert, wie passt das so zusammen, diese schönen idyllischen Bilder und dann eben diese rechtsextremistische Ausrichtung von den Akteuren. Ich denke, diese Bewegung ist anschlussfähig in vierfacher Hinsicht, einmal im Blick auf die neue Spiritualität, Esoterik, dann im Blick auf der Suche nach neuen Gemeinschaftsformen, Ökodörfer. Hier lautet das Zauberwort der Anastasia-Bewegung Familienlandsitz. Man gründet sozusagen ein Hektar großes Areal und das soll der Selbstversorgung dienen. Eine Art Gegengesellschaftsmodell und letztendlich als das Mittel gegen den Klimawandel, so hat es der Buchautor auch bei der Frankfurter Buchmesse verkauft. Und zum anderen wird natürlich auch angeknüpft an die neue Pädagogik. Es ist die Rede von einer Schätinin-Pädagogik, die da erwähnt wird. Also es ist für beide eine Win-Win-Situation. Im Tekos gibt es diese oder gab es diese Schätinin-Schule und diese Pädagogik hat diese Anastasia-Buchreihe eben noch bekannter gemacht. Inwieweit dieses freie Lernen meines Erachtens auch zu einer zunehmenden Herausforderung wird, auch im Blick auf Querdenker oder Querdenkende, zeigt hier diese Formulierung. Lasst uns für die Kinder das kleine Gallien im Land der Römer schaffen. Also hier wird der Eindruck erweckt, wir leben in einem besetzten Land. Lasst uns das Wolfsrudel sein. Lasst uns Löwenmütter und Löwenväter sein und einen Weg in die Zukunft errichten. Also fernab vom staatlichen Schulsystem, es gibt hier inzwischen Telegram-Kanäle, wo eben Kontakte geknüpft werden, wo man eben Privatschulen auch gründen möchte. Sie erinnern sich vielleicht an diese Schule in der Nähe von Rosenheim, die illegal war und ausgehoben wurde. Also Sie sehen hier mal so die Allianz, die ich versucht habe in meinem Buchrechte Esoterik auch aufzuzeigen, von querdenkenden, besser- und esoterischen Überwissern. Dann dieses Zwillingspaar von Esoterik und Verschwörungstheorien, das starke Misstrauen, die Anschlussfähigkeit an antidemokratische Strömungen. Es gibt eine intensive personelle Vernetzungsarbeit, Gewaltfantasien und natürlich auch immer wieder der Bezug zu QAnon. Dieses Schaubild dient einmal dazu, sozusagen die Anbieter, die rechte Esoterik in dem linken Kreis mal vorzustellen, was wir da alles haben. Manches habe ich bereits genannt. Welche Kanäle sich die rechte Esoterik bedient und welche die anschlussfähigen Themen sind? Und da sehen Sie natürlich sehr viele aktuelle Wissenschaftsskepsis, Impfkritik, Religionskritik, Antisemitismus, Reichsbürgerideologie, Präastronautik, Erich von Dänigen lässt grüßen, das wird dann auch sehr anschlussfähig, Ökologie, Geschichtsrevisionismus, Antiliberalismus, neue Rechte, Ethnopluralismus und freies Lernen. Das sind so die Elemente, die muss ich jetzt glaube ich nicht wiederholen, vielleicht nur der letzte Punkt. Gewalt kann irgendwann als legitimes Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele verherrlicht werden. Wir kennen das Beispiel von dem Attentäter von Halle. Es gibt jetzt ein Buch, wo minutiös dieser Gerichtsprozess dokumentiert ist. Und mir ist nochmal aufgefallen, es ist ja immer die Rede von einem Einzeltäter, aber es gibt auch ein bestärkendes Umfeld. Ich bin erschüttert, wenn ich den formulierten Abschiedsbrief der Mutter, die unmittelbar nach der Festnahme ihres Sohnes einen Suizidversuch unternommen hat, in dem sie eben schreibt, ihr Sohn hätte sich für eine gute Sache eingesetzt. Er wollte ja eine jüdische Synagoge stürmen und Menschen umbringen. Also man ist da wirklich ziemlich entsetzt. Die Fragen, die natürlich immer wieder gestellt werden im Anschluss an solche Vorträge, wie geht man denn mit Verschwörungsgläubigen und solchen auch um? Das, man muss sich klar machen, jeder Fall ist unterschiedlich. Also im Blick auf Verschwörungsgläubige hier ein guter Ratschlag. Geduld, Interesse zeigen, Kontakt halten, soweit möglich, auf Augenhöhe begegnen und auch widersprechen, dass man Gesprächsregeln aufstellt, dass man Missionierungsversuche eindämmt, dass man rechtzeitig Weltbildveränderungen beim Gegenüber frühzeitig wahrnimmt und ernst nimmt. In der Beratung fällt mir das immer auf, dass viele dieser Verschwörungsgläubigen sich schon seit geraumer Zeit mit Esoterik und anderen Verschwörungstheorien beschäftigt hatten und wo das dann durch die Pandemie nochmal verstärkt würde. Man sollte überlegen, was hinter der Überzeugung des Diskussionspartners stecken könnte. Also die Motivsuche, dass man Fragen stellt, mit eigenen Kommentaren sparsam ist. Aber wichtig ist, denke ich, auch die eigene Positionierung und dass man unbelehrbaren Diskussionspartnerinnen und Partnern Grenzen setzt, sogenannte rote Linien, wenn Antisemitismus, Rassismus geäußert wird und dass man auch die obsessive Beschäftigung beim Verschwörungsgläubigen mit der Thematik anspricht. Es kann ja zu einer Art Suchtverhalten auch führen, wenn man sich nur noch in den alternativen Medien herumtreibt und dass man sich, das rate ich Angehörigen auch manchmal, gönnen sie sich auch manchmal eine Auszeit. Das heißt nicht Kontaktabbruch, aber auch Distanz, dass man hier auch einmal wieder neue Kraft schöpfen kann. Ich komme zum Schluss. Mir ist ganz wichtig, Folgendes, und gestatten Sie mir das als evangelischer Theologe doch noch anzusprechen, Gottvertrauen statt Misstrauen, eine Chance für den christlichen Glauben, die mit der Corona-Pandemie ausgelösten Unsicherheiten, den eigenen Kontrollverlust zu reflektieren und auch auszuhalten. Es gibt hier einen reichhaltigen Erfahrungsschatz der biblischen Tradition, Weltverantwortung statt symbolischer Emigration durch den Verschwörungsglauben. Damit ist gemeint, Verschwörungsgläubige bleiben ja meist im sozialen Umfeld, aber wandern innerlich letztendlich aus. Und da stark zu machen ein Eintreten für eine Kultur der Barmherzigkeit und der Ethik der Einfühlsamkeit in Zeiten der Entsolidarisierung. Und letzte Bemerkung, Christinnen und Christen da auch Farbe zu bekennen, also das Feld der Deutungen nicht rechten Esoterikern, Verschwörungsideologen zu überlassen und auch als Bürgerinnen und Bürger wehrhafte Demokratinnen auch zu sein. Zum Schluss ein Zitat des von mir sehr geschätzten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ich danke für Ihre Geduld und fürs Zuhören und bin gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare. Vielen Dank.